Ja, ich beginne mit dem Thema Rente, was uns ja das Wochenende über nach wie vor beschäftigt hat. Insbesondere erleben wir gerade Politiker beider großen Parteien, CDU und SPD, die ihre politische Lebensleistung bei der Rente so gering einschätzen, dass sie dieses Thema doch gerne aus dem Wahlkampf raushaben wollen und aus der öffentlichen Debatte. Das werden wir ihnen nicht gönnen, sondern wir sind schon der Meinung, das Thema Rente ist so wichtig, dass wir uns doch dem Wettstreit um die besten Ideen und Konzepte gerne stellen wollen. Ich glaube, bei der Rente muss jetzt Folgendes getan werden. Wir müssen feststellen, die Riester-Rente ist gescheitert. Da hat im Übrigen Seehofer ausnahmsweise mal recht. Sie ist deswegen gescheitert, weil viele Menschen so wenig verdienen, dass sie gar nicht in die Riester-Rente einzahlen können, sondern ihr ganzes Geld zum Leben brauchen. Und sie ist natürlich auch wegen der Niedrigzinspolitik gescheitert, die aber im Übrigen voraussehbar war. Deswegen fordern wir als erste wichtige Maßnahme, die Teilprivatisierung der Rente muss zurückgenommen werden. Die Riester-Rente muss in die gesetzliche Rente überführt werden. Natürlich müssen die angesparten Leistungen gesichert werden. Es muss auch die Möglichkeit gegeben werden, in der gesetzlichen Rentenversicherung zusätzlich einzahlen zu können. Und wir müssen zurück zur paritätischen Finanzierung. Das würde das Rentenniveau sofort erhöhen und würde für die Beschäftigten sogar billiger kommen. Das zweite ist, wir müssen sofort zurück zu 53% Rentensicherungsniveau. Also der Abbau auf 43% muss gestoppt werden, weil das die Durchschnittsverdiener auch in die Altersarmut führen wird. Und wir werden nicht nur mit 2.100 in der Armut sein, sondern auch mit 3.000 Euro brutto Verdienst. Ich bin mir noch gar nicht sicher, ob mit 53% wirklich das letzte Wort gesprochen sein wird. Wir hören gerade Daten von Österreich, von Norwegen, von Schweden, die teilweise ein Rentensicherungsniveau von 60, 70, 80% haben. Aber das Mindeste, was passieren muss, ist, dass sofort wieder auf 53% gegangen wird. Wir brauchen definitiv eine armutsfeste Mindestsicherung von 1.050 Euro. Das ist einfach die definierte Armutsgrenze. Und völlig klar, mit dem großen Niedriglohnbereich, den wir in Deutschland haben und mit den vielen prekären Arbeitsverhältnissen, werden viele Leute niemals eine vernünftige Rente ansparen können. Wenn wir also Altersarmut verhindern wollen und Lebensstandardsichernde Renten schaffen wollen, müssen wir die Löhne erhöhen. Deswegen sind 8,50 Euro Mindestlohn viel zu niedrig. Wir müssen ganz schnell auf 10 gehen und wir müssen dann ganz schnell auf 12 Euro Mindestlohn gehen, weil bei 11,50 Euro beginnt die Grenze, wo die Leute über das Grundsicherungsniveau hinauskommen. Wir müssen uns einfach vorstellen, wenn du 11,50 Euro verdienst, musst du 40 bis 45 Jahre arbeiten, dann bist du gerade mal über dem Grundsicherungsniveau. Wenn wir also Löhne drunter haben, ist die Altersarmut geradezu vorprogrammiert. Was wir derzeit erleben von Frau Nahles und anderen, ist ein Verharmlosen des Problems, ist ein Verschieben auf die Zukunft. Man will keine richtig öffentliche Debatte über den Skandal, dass 50 Prozent der zukünftigen Bevölkerung eine Armutsrente bekommen wird. Eigentlich in einem reichen Land ein unakzeptierbarer Zustand, den wir nicht auf sich beruhen lassen dürfen. Wir sind überzeugt, wir haben ein durchgerechnetes und gutes Konzept und gehen gerne in den Wettbewerb mit den anderen Parteien. Das Zweite, was wir erlebt haben, ist das historisch, als historisch bezeichnete Integrationsgesetz. Ich glaube, man kann hier wirklich nicht von historisch reden. Das Einzige, was historisch dabei war, ist die verpasste Chance, die verspielt wurde zur wirklichen Integration. Wir müssen feststellen, dass Arbeitsgelegenheiten weder für die Langzeitarbeitslosen noch für die Flüchtlinge wirklichen Zugang zum Arbeitsmarkt schaffen. Das haben wir doch jetzt zehn Jahre erlebt, dass das Gegenteil der Fall war. Zweitens, die ganzen Wohnsitzauflagen verhindern Integration. Sie verhindern, dass die Menschen dorthin gehen, wo sie Arbeit finden oder wo ihre Familienangehörigen sind oder wo sie sich rasch integrieren können. Deswegen brauchen wir andere Maßnahmen zur Integration. Weitergehende, das Wichtigste sind ausreichend Sprachkurse, damit die Leute die Sprache lernen können. Das ist die Voraussetzung für Integration überhaupt. Dazu müssen aber dringend die Ressourcen geschaffen werden, sprich Räume, Örtlichkeiten, sprich Lehrkräfte und vieles andere mehr. Wir brauchen einen öffentlich geförderten Arbeitsmarkt und wir brauchen einen Ausbau der öffentlichen Beschäftigung. Die brauchen wir sowohl für die Langzeitarbeitslosen, die wir schon lange haben, als auch für die Flüchtlinge. Es ist eine völlige Illusion, die Menschen einfach in den bestehenden Arbeitsmarkt integrieren zu wollen. Das wird scheitern. Wir brauchen eine Ausbildungsoffensive für die Geflüchteten und wir brauchen dezentrale Unterbringung. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Voraussetzungen, dass ein Integrationskonzept wirklich gelingen kann. Drittes Thema, die Äußerungen der AfD, dass sie jetzt den Islam als Hauptgegner ins Visier nehmen werden. Ich glaube, das war erwartbar. Wir haben die ganze Zeit schon diskutiert. Wenn die Flüchtlingszahlen aus nicht rechtfertigen Gründen jetzt zurückgehen, wird die AfD ein neues Feld brauchen, um ihren rechtspopulistischen Unsinn unter die Leute bringen zu können. Und es war klar, dass das der Islam sein wird. Auch nicht mal mehr nur der Islamismus, sondern Islam in Gänze. Man will praktisch die anstehenden sozialen Auseinandersetzungen auf ein anderes Feld führen, nämlich auf das Feld des Religions- und Kulturkampfes. Man will praktisch eine ganze Religion zum Sündenbock für die Probleme, die wir hierzulande haben, erklären. Das ist unzulässig. Das ist auch im Übrigen in hohem Maße rassistisch und grundgesetzwidrig. Wir haben Religionsfreiheit in diesem Land. Und es geht nicht, dass quasi eine gesamte Religion in Gesamthaftung oder als zur Gegnerschaft erklärt wird. Das dürfen wir definitiv der AfD nicht durchgehen lassen. Und alle anderen Parteien sind im Übrigen gut beraten, hier klare Kante zu zeigen. Wirtschaftsminister Gabriel hat bei einer Pressekonferenz in der ägyptischen Hauptstadt Kairo am Sonntag gesagt, ich finde, sie haben einen beeindruckenden Präsidenten. Ich glaube, man muss an diese Bundesregierung dringend appellieren, mehr diplomatisches Fingerspitzengefühl zu zeigen. Präsidenten zu loben, die nachweislich die Einwohnerinnen ihres eigenen Landes foltern und unterdrücken, verfolgen und diskriminieren, ist wirklich hochproblematisch. Was ist denn das für ein Despoten-Gekuschel? Die Bundeskanzlerin hoffiert Erdogan, Gabriel lobt Sissi, Seehofer findet Orban toll. Ich finde, die deutsche Regierung sollte kein Despoten-Fanclub sein, sondern sich sehr deutlich in Menschenrechts- und Demokratiefragen äußern. Ich würde mir im Übrigen wünschen, dass die Bundesregierung mit ähnlicher Begeisterung und Ehrfurcht über die Leute spricht, die wirklich Mut zeigen, über Edward Snowden, über Val Gonim oder über Layla Zena. Das sind Menschen, die tatsächlich mutig in dieser Welt für Menschenrechte und Freiheitsrechte eintreten. Da würde man doch mal gerne ein solches Lob hören wollen. Dad.